Bogen schiessen Indianer gehen mit Bogen und Pfeilen zum Beispiel auf die Jagd. Vielleicht haben Sie das in einem Film schon mal gesehen und gedacht, das wäre spannend, um mal selber auszuprobieren zu können. In diesem Schnupperkurs zeigt man Ihnen, wie Sie mit Pfeilen und Bogen umgehen können. Das heisst, wie Sie das halten müssen, damit Sie dann auch eine Zielscheibe treffen. Dafür braucht es Kraft, Ruhe und Konzentration.